The coffee is cooking. Hier haben wir noch das Aftermath. Der gestrigen Burger-Koch-Action und Film-Action. Und da hinten sitzt einer. Ich kann nur empfehlen, die normalerweise in Ringen kommen. Die sind geil, schmecken geil. Ich werde Frischkäse auf dieses Burger-Patty. Wir machen die Resteverwertung. Das noch übrig geblieben ist. Und dann mein zweites Spiegelei drauflegen. Wir werden jetzt die Quartalszahlen reviewen. Was hat sich in den letzten Jahren noch sick getan? Wo müssen wir nachbessern? Und wo müssen wir mehr investieren? In der Tat. Commercials würde ich sagen. Analyse. Wie viele Hotels vergleicht sick Enterprises eigentlich? Oh nein. Oh nein. Und Teamkameraden heilen kann. Oh, ein so altes Video gucken wir uns gerade an. Bei den ganzen Call of Duty-Commentators war es auch immer so. Die ersten fünf Minuten war nur Auflistung, welche Klasse man jetzt hat. Ja, ja. Ich weiß noch, wo wir dann versucht haben. Oder also diese schlechte Animation, das so da hochkommt, was man hat. Und dann habe ich das halt so ohne PNG gemacht. Und dann war das so mit so, ach, ist schlecht alles. Alles furchtbar schlecht. Das war noch vor Ischma. War sogar noch vor dir, glaub ich. Ne, oder warst du da schon auch schon? Ja, da hatten wir schon komplett mit allem aufgehört. Fünf BI. Fünf BEFORE Ischma. Das kann er auch so werfen. Das erste Video, was wir zusammen gemacht haben. Krass. Ja, das ist jetzt auch ewig her. Weil es ihr halt wehtut. Ja. Es gibt ja viele... Jetzt eins unserer erfolgreichsten Videos hier. Von den Views her. Und es ist trotzdem eines der schlechtesten. Bist du blind, Mann? Black Ops 2, Zombie... Ne, Black Ops 1, Zombie Map Pack. Autsch! Aua! Wehst du! Nein, Boss! Voll auf den Kopf! Genau so! Danny! Die Jones sind doch schlecht! Krasse Powerfrau! Oh, das ist so übel! Ja, vor allem ist es ihnen mal aufgefallen, dass die dann immer ärmellose Dings anhaben. Die haben nie irgendwas an. Immer ärmellos dann. Klischeehaft. You'll be crying, motherfucker! So cringy alles! So cringy alles! Na ja, kleiner Gag zwischendurch. Mal gucken wir mal zurück zum Thema. Kleiner Gag zwischendurch! So cool! Das ist so gut so. Ich kann's nicht mehr hören. Das ist Zeit. Eine ganz besondere Zeit. Nämlich... SNIPING TIME! Wie reagieren Sie darauf? Auf Ihr eigenes cringiges Selbst? Das ist... Ey, das ist genauso cringy wie das mit dem A230. Ich fand das damals voll lustig. SNIPING TIME! Das Honiggelbe Intro. It's back! Pissgelb! Ja. Was sagen Sie dazu? Ja. Beginne ich jetzt mal, oder? Okay. Also... Dann beginne ich jetzt mal. Ach stimmt! Der Klim am Anfang ist glaube ich auch so fail. Warte mal. Ist das der? Ne. Geht doch nicht. Jetzt ist es so... Wie Abend heute noch Intros waren. Ja? Ich nehme mal auf. Wir beginnen jetzt, weil... Ja! Nimm mal auf! 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 Oh Bullet! Nimm mal auf! 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 Wer spricht einfach so geil! Auch nichts, wie wir aber schon mitgekommen haben! Die Lembletechte! Die Erschirfts! Nimm mal auf! Vor allem jetzt mit diesem Text, der auch so dumm animiert ist! Die Erschirft! Nimm mal auf! Schämst du dich? Ich dachte, das geht ja jetzt auch noch irgendwie, Alter. Ja, ja, das ist auch voll übertrieben. Ich hatte mir angedroht, dass ich es einfach so richtig lang und random mache. Und genau das war ja dann der Plan. Ich muss direkt mal hier. Das ist voll Unionception. Wir gucken jetzt unsere eigenen Videos bei einem Union. Und er kommt aus dem Klo raus. Sie verlassen uns. Ein Glück. Ja, ich mal. Nein, ja, ich werde als erster gehen, wenn das jetzt normale Leben ruft. Der Alltag ruft, das harte Leben. Brötchen müssen, wie sagt man? Verdient werden. Ach ja, genau. Ich wollte sagen, Brötchen müssen gebacken werden, aber ich wusste ehrlich gesagt, nicht ohne Sinne. Na ja, wenn du Bäcker bist, kannst du beides sagen. Yeah, aber das bin ich nicht, hab ich festgestellt. Schade. Habe ich, äh, stimmt, scheiße. Disc noch raus, das empfehle ich jedem, der seine Xbox One transportiert. Lasst nicht eure Disc drin, lass mal. Lasst nicht eure Dics drin. Wenn ihr sie transportiert, lasst nicht euren Dics drin, das ist mal ganz schlecht. Die geht dann halt kaputt. Was ist denn das für eine Disc? Ist das etwa noch die MCC? Das ist Reach. Reach. Haben wir nochmal Reach gespielt danach? Ich habe keine Disc für die MCC. Ah, auch interessant. Deswegen. Ich habe da einmal Reach reingetragen. Es ist so dunkel hier. Reach nicht mehr raus. Und wenn ich meine Höhle dafür nicht habe, muss Black Ops auswählen. Black Ops. Wir haben noch nie documentated. Wie wir documentated. Wie wir all unseren Stuff hier so verschieben. So. Das war jetzt hier No Name. Dann kann ich die hier raushauen. Wie wir so dann Workflow mäßig hier mit unseren Laptops sitzen. So. Und dann alles, das ganze Footage aufteilen. Ja. Wir schieben das jetzt alles auf diese kleine SSD hier. Und von der kapieren wir es dann wieder auf seinen Stick, der da vorne durch oben liegt. Und dann haben wir beide das Footage und können uns überlegen, wer wie was schneidet. Genau. Insofern ich das hier wieder reinbekomme. Irgendwie. Ich mache das hier. Gerade falsch. Jetzt. Krass, ne? Ja. Und dann irgendwann in drei Monaten seht ihr mal einen Teaser. Einen Teaser, genau. Dann dauert es nur noch ein Jahr. Ja, genau. Ab dem Teaser wisst ihr, es dauert nur noch ein Jahr. Genau. Okay. Ansonsten packt er und dann ist es jetzt vorbei. Vorbei. Der andere ist schon weg. Schon wieder, ja. Und, ja. Und, ja. Da, ja. الgar